Es ist mitten am Tag. Was wollt ihr denn alle im Bett? Ja, da guckt ihr, ne? Wo habt ihr euch denn heute hin verirrt? Weil da so schön Sonne ist noch? Unglaublich! Oder habt ihr geguckt, dass Pimp und Pixel da immer rumtonen? Wolltet ihr auch mal? Tja, Pixi hat sich schon in die Hütte verzogen? Tja, Pixi, sind derer viele im Moment, ne? Ja, Mensch, jo. Und alle haben Federn auf dem Kopf und du hast noch ein Glatzi. Wird alles wieder besser. Keine eine Sorge. Schon fertig mit dem Sonnen, ja? Ihr kleinen Bratzis? Naja, die meisten jedenfalls. So, ja, Rübis. Stündchen noch. Dann geht ihr heute mal wieder früher ins Taugizimmer, ne? Hei, Rübis. Da warten noch welche. Die wollen heute auch noch ein bisschen toben. Hallo, du Pimp. Du darfst länger noch draußen bleiben. Ja, wo bist du denn? Da bist du, du Pimp. Hallo. Nett, nett. Jetzt sprichst du nicht mehr mit mir? Gut, macht nix. Und Pidipalpili? Du so? Du sprichst auch nicht mit mir, ne? Oh, verdreh mich hier. Hochstange. Hier n Til. Farn. Ich jetzt spiele,